Bevor wir inhaltlich in das Buch einsteigen, werden wir uns in diesem Video mit der Person Michael Alts selbst beschäftigen. Er wurde 1905 in Aachen geboren und blieb dem Bundesland Nordrhein-Westfalen den größten Teil seines Lebens verbunden. 1925 begann er sein Studium an der Universität Köln, belegte zunächst Musikwissenschaft, Philosophie, Pädagogik, Germanistik und Soziologie, also ein typischer Tausendsasser, wie ihn die Geisteswissenschaften zu der Zeit produzierten. Ein Jahr später begann er dann auch ein Schulmusikstudium an der Musikhochschule. Interessant ist, dass er offensichtlich schon sehr bald das Bedürfnis verspürte, sich mit anderen Musiklehrkräften auszutauschen, denn er gründete 1929 den Fachverband der Musikphilologen, den ersten Verband für Musikpädagoginnen. 1935 promovierte er über jugendliches Hörverhalten, genauer über die Darstellung der Typen des musikalischen Genießens und Wertens beim Jugendlichen und ihrer pädagogischen Bedeutung oder der Erziehung zum Musikhören. Während der Nazi-Zeit war Michael Alts Rolle nicht ganz unumstritten. Er trat, wie viele andere auch, in die Partei ein und tat sich auch sonst zumindest nicht als Widerständischer hervor. Allerdings wäre es vorschnell, aus heutiger Sicht mit einem Blick auf Alts Worte und Taten in der Nazi-Zeit zu sagen, dass er ein Nationalsozialist per se war. Wer sich an dieser Stelle intensiver mit der Biografie und dem Schaffen von Alts beschäftigen möchte, dem empfehle ich das Buch von Thomas Greuel, das musikpädagogische Schaffen Michael Alts, zur weiteren Lektüre. Hier möchte ich nur kurz zitieren, zu welchem Schluss Greuel nach der intensiven Beschäftigung mit Alts Texten kommt. Ich möchte nach Abschluss meiner eigenen Untersuchungen die These vertreten, dass, zumindest in Bezug auf Michael Alt, auch nicht von einem einheitlichen Verhalten dieses einen Musikpädagogen gesprochen werden kann. Es gab vielmehr nur konkrete Verhaltensweisen unter konkreten Umständen, die, wenn überhaupt, nur individuell und situativ beurteilt werden können und die sich eben nicht zu einem einheitlichen, sondern zu einem durchaus widersprüchlichen und vieldeutigen Gesamtbild zusammenfügen. Zurück zu Michael Alt. Nachdem er gerade erst eine Professur in Oldenburg bekommen hatte, wurde er ein Jahr später im Jahr 1940 zum Kriegsdienst einberufen und geriet in russische Gefangenschaft, aus der er erst 1949 zurückkehrte. Die nächsten zehn Jahre arbeitete er überwiegend als Studienrat, bis er 1959 eine Professur an der Pädagogischen Hochschule in Dortmund erhielt. Dort blieb er bis zu seiner Emeritierung, also seiner Rente, im Jahr 1973 und er starb noch im gleichen Jahr. Sein Interesse an einer Verbindung von Musikpädagogik und Forschung war auch in der zweiten Hälfte seines Lebens hoch und so war er 1965 federführend bei der Gründung des Arbeitskreises Forschung in der Musikerziehung, dem heutigen Arbeitskreis für Musikpädagogische Forschung. Bis heute ist dies neben dem eher an der Praxis ausgerichteten Bundesverband Musikunterricht die wichtigste Organisation, in der Musikpädagoginnen aus allen Institutionen zu einer jährlichen Konferenz zusammenkommen und über neueste Entwicklungen und brennende Fragen aus Forschung und Forschungspraxis diskutieren. Michael Alt war als Schulbuchautor und als Herausgeber von über 40 Langspielplatten für den Musikunterricht tätig, der Musikkunde in Beispielen mit Beihäften, die seit 1957 erschienen. Er hat damit ganz wesentlich dazu beigetragen, dass der Plattenspieler stärker in den Musikunterricht einbezogen wurde. Wenn man sich die Bandbreite der Themen anschaut, ist es schon überraschend, wie vielseitig sie angelegt sind. Von Formlehre bis Jazz, von Sonatenhauptsatzform bis Instrumentenkunde ist alles dabei. Als das eigentliche Hauptwerk, in dem er alle seine Gedanken zur Musikpädagogik zusammenführt, ist aber eben das Buch aus dem Jahr 1968 anzusehen, Didaktik der Musik, Orientierung am Kunstwerk. Im nächsten Video werden wir einen ersten Blick auf das Buch werfen und uns mit als Begründungen für die Notwendigkeit einer neuen Musikdidaktik beschäftigen.